Hallo und herzlich Willkommen bei Kunststoffe und Plastics Insights. Ich grüße heute aus Shanghai von der berühmtesten Flaniermeile. Am Band stehe ich hier. Ich habe jetzt schon einige Eindrücke sammeln können hier in China. Ich freue mich, dass ich viele Firmenbesuche habe, die für mich ganz exklusiv sind. Das ist ein bisschen anders als hier heute. Wenn ich euch mal einen kleinen Eindruck geben darf, gehe ich mal die Kamera um. Das ist hier wirklich ziemlich gut besucht, aber es ist eben auch sehr eindrucksvoll, diese Skyline hier zu sehen. Ja, sonst noch in Sachen Kunststoffe alles erlebt habt, könnt ihr nachlesen im China-Special. Tschüss! Guten Tag!